Wir haben Vertuschungs-Stories über 70 Priester. Spotlight ist bei den Screen Actors Guild Awards nominiert für Bestes Ensemble und Beste Nebendarstellerin. Wir erzählen diese Geschichte, wir erzählen sie richtig. Ein Meilenstein. Die Kirche, die kontrollieren alles. Außergewöhnlich gespielt von einem herausragenden Cast. Die wussten es und haben es laufen lassen. Nominiert für sechs Oscars. Unter anderem Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller und Bester Film. Solche Stories sind der Grund, warum wir das hier tun. Spotlight ab 25. Februar im Kino.